Mein Arbeitgeber Andritz liefert Technologie und Anlagen für die ganze Welt. Wir versuchen mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam Projekte zu entwickeln und dann auch gemeinsam umzusetzen. Es gibt mehrere Sparten, einerseits Metals, wo ich tätig bin, andererseits auch Hydro oder Pulp & Paper. Ich bin bei Andritz als Project Scheduler tätig. Ich bin hier für die Planung von Zellstofftrocknungsanlagen zuständig. Ich habe vor elf Jahren als Projektleiter bei der Firma Andritz begonnen im Bereich Pulp & Paper mit Fokus auf Südamerika, später China. Wir wickeln Projekte ab im Papier- und Zellstoffbereich. Ich bin im Project Management tätig, als Project Manager. Derzeit, da ich noch jung bin und erst Erfahrung sammeln muss, assistiere ich einem Project Director, der das Gesamtprojekt leitet und übernehme Aufgaben wie Ressourcenplanung, Einkaufsplanung, Kostenplanung. Es gibt eine Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten, intern wie extern. Wir haben einen sehr umfangreichen Weiterbildungskatalog, wo es sehr spannende Schulungen gibt. Wir haben Leadership- und Managementprogramme. Andritz bietet sehr viele Vorteile für mich als Arbeitnehmerin. Wir haben hier auch eine große Kantine, da wird jeden Tag frisch gekocht. Es gibt auch ein kleines Buffet, wo man sich jederzeit eine Jause holen kann. Weiters hat die Firma Andritz auch einen Betriebsrat, der sich für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsetzt. Der bietet auch zahlreiche Vergünstigungen mit Unternehmen. Es wurden teilweise bessere Konditionen ausgehandelt, die wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Anspruch nehmen können. Mein Arbeitsplatz befindet sich in Wien-Meidling, in einer Niederlassung von Andritz. Und wir haben ein modernes Gebäude mit modernster Technik. Mein Arbeitsplatz ist sehr groß, geräumig. Ich habe genug Platz für all meine Utensilien. Ich habe zwei große Bildschirme. Wir haben einen Laptop, somit kann ich auch im Homeoffice arbeiten. Natürlich ausgestattet mit Headside, Maus, Tastatur und ein Firmenhandy habe ich auch. Andritz steht für Kundenorientierung, Teamgeist, offener Umgang. Und ich als Arbeitnehmerin freue mich immer mit meinen Kollegen und Kolleginnen neue Herausforderungen zu meistern. In der Firma Andritz haben wir das Motto One Andritz. Wir sind eine gemeinsame Firma, stehen für Zusammenhalt, Leidenschaft, Zukunftsorientiertheit, Kundenorientierung und natürlich die Kundenfreundlichkeit. Alles was dazu gehört.